Heute geht es um Angular und SEO. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um Angular bzw. dort um SEO und Metadaten. Und das Ganze ist grundsätzlich nicht so einfach, wie es klingt. Was heißt, wir werden uns SSR angucken, wir werden uns den Angular Meta-Service angucken, selbst einen Meta-Service bauen und das Ganze relativ einfach bzw. relativ schnell in unserer Anwendung implementieren. Grundsätzlich eine Sache vorweg, dieses Video ist nicht für Anfänger. Wie ihr an dem Thumbnail seht und den Punkten, die dort aufgelistet sind, ist dieses Video für Fortgeschrittene. Was heißt, ich werde nicht darauf eingehen, wie Angular funktioniert, wie TypeScript funktioniert, was eine Komponente ist, was ein Service ist, was ein Interface ist. Das alles werde ich nicht erklären, das setzt sich voraus. Was heißt, dieses Video richtet sich wirklich an Leute, die schon eine ganze Weile mit Angular arbeiten und wirklich jetzt einfach nur wissen wollen, okay, wie kann ich jetzt eigentlich relativ clever Metadaten bzw. Meta-Tags in meine Angular-Anwendung dynamisch implementieren. Und das Ganze ist, wie gesagt, für solche Anwender nicht wirklich schwer. Und damit werden wir jetzt einfach gleich loslegen. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, wie immer unten in der Videobeschreibung, ganz oben, Link zu Discord. Joint der Community, stellt eure Fragen, helft andere, beantwortet damit Fragen oder tauscht euch einfach mit Gleichgesinnten aus. Ansonsten, ja, legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's. So, los geht's mit dem heutigen Video. Wie ihr seht, habe ich hier Angular schon gestartet. Das ist eine Plane-Installation. Einfach unverändert. Ihr seht hier auch, das ist ja die Beispielversion, die man kriegt, wenn man Angular hochfährt. Und ich habe das Ganze mit ng-surf einfach mal initialisiert. Prinzipiell, hier an der Seite seht ihr ganz normal Angular, sonst nicht wirklich irgendwas. Und hier unten habe ich halt die Konsole, wo aktuell ja, wie gesagt, einfach ng-surf läuft. Wenn ich hier drin bin und jetzt einfach mal den Klassiker mache, also ich öffne uns mal den Quelltext, dann sehen wir hier auch ein Meta-Attribut. Was heißt, hier oben sehen wir den Viewport, aber sonst nichts. Was heißt, uns fehlt hier jede Menge Code. Vor allem sehen wir hier auch nur den AirBruit-Ordner und sonst auch gar nichts. Und das ist das erste Problem. Wenn ein Crawl auf eure Seite kommt, würde er jetzt quasi nichts sehen. Wir könnten jetzt natürlich hingehen und in unsere Index-HTML irgendeinen Meta-Attribut hinzufügen, aber das wäre nicht wirklich dynamisch und nicht wirklich förderlich für eure SEO. Deswegen müssen wir das hier anders lösen. Das Erste, was wir machen, ist nämlich das Ganze als Server-Site-Rendering, also als Angular SSR zu hosten. Das Ganze geht ziemlich einfach. Wir beenden das jetzt mit STRG-C und geben hier unten jetzt ein ng-add und dann add-Zeichen ng-universal-express-ng-client-project-gleich und dann den Namen eures Angular-Projects. Bei mir ist das Angular-Meta. Das Ganze lasse ich jetzt einfach mal kurz laufen. Das dauert jetzt kurz und ich spume eben vor, bis es abgeschlossen ist. So, ihr seht, das Ganze ist abgeschlossen und ihr seht auch, dass hier jede Menge Dateien hinzugekommen sind. Was heißt, wir haben jetzt hier eine TS-Server.json, wir haben hier unten neue Dateien und wir haben auch vor allem in unserer Package-Json neue Funktionen. Was heißt, wir haben jetzt hier vier neue Funktionen, nämlich einmal Compiled Server, Server-SSR, Build-SSR und Build-Client-and-Server-Bundles. Und das Einzige, was wir jetzt machen, ist, wir bauen uns jetzt einfach mal mit Build-SSR unseren Server. Mit npm, run und dann Build-SSR drücke ich wieder auf Enter. Lass das Ganze laufen. Das dauert kurz und ich spüre mal eben vor. So, das Ganze ist jetzt erfolgreich gebaut worden und hier oben in unserem Ordner haben wir jetzt hier auch einen Server, einen Server, also einen Server.json, einen Server allgemein mit einer Main.js und hier ganz normal unsere Angular-Anwendung. Und was wir jetzt machen können, ist mit serve.ssr npm, run und dann serve.ssr einzugeben. Hier fehlt natürlich ein Leerzeichen. Können wir das Ganze hosten und ihr seht hier Node-Express-Server-Listening on localhost 4000. Das öffne ich jetzt einfach mal. Das war natürlich falsch. Was heißt, wir öffnen den natürlich in diesem Fenster. Zack. Und haben jetzt hier unser Fenster. Das sieht halt genauso aus, wie damals oder vorher unser altes. Allerdings, wenn wir jetzt hier in das neue Fenster reingehen und Seitenquelltext anzeigen lassen, sehen wir hier alles. Was heißt, ihr seht auf einmal nicht mehr nur den HTML-Code, den ihr davor hattet, sondern wir sehen wirklich alles. Und das ist der große Vorteil. Was heißt, wenn ich jetzt hier in die App-Komponent reingehe und hier einfach mal Test reinschreibe und abspeichere, passiert jetzt erstmal nichts, weil das halt nicht on the fly aktualisiert wird, sondern wir müssen das neu bauen. Aber hier drin seht ihr quasi den ganzen Code, der vorher in unserer App-Komponent drin stand. Und jetzt können wir hingehen und mit unserem eigentlichen Projekt anfangen, und zwar Metadaten beziehungsweise einen Metadaten-Service zu erstellen. Und das Ganze geht ziemlich easy. Was heißt, wir beenden das hier mal kurz und sagen ng-generate-service. Hier sagen wir Service. So, und sagen hier Meta. Ich erstelle jetzt in einem Verzeichnis namens Service ein neues, einen neuen Service, nämlich den Meta-Service. Und hier drin brauchen wir später noch etwas, nämlich gehen wir hier rein, erstellen einen neuen Folder und sagen Module. Und hier drin erstellen wir noch eine neue Datei und sagen hier einfach, diese heißt basic-meta-text.ts. und diese Dateien brauchen wir jetzt, beziehungsweise hier brauchen wir die App-Komponent noch. Und das alles schließen wir mal kurz zu. Und jetzt können wir nämlich hingehen, das Erste, was wir machen, ist, wir gehen in unser Basic-Metadaten-Feld und erzeugen unser neues Interface, nämlich Export-Interface. Und hier sagen wir basic-meta-text heißt das Ganze. Und hier haben wir jetzt jede Menge Metadaten, die wir später ja regelmäßig benutzen wollen. In unserem Fall ist das beispielsweise ein Date, was heißt, wir haben hier ein Datum. Dann haben wir einen Author. Dieser ist nicht mandatory, also der muss nicht da sein, das ist einfach ein String. Dann haben wir einen Titel. Unser Titel ist auch ein String, der sollte aber immer da sein. Wir haben eine Description, das ist ebenfalls ein String. Und wir haben hier unten Keywords, das ist ein String-Array. So, das ist jetzt unser Basic-Metadaten-Objekt, was wir später verwenden wollen. Das Ganze können wir jetzt erst mal schließen. Ich öffne mal kurz unseren Service, was heißt, ich gehe in unseren Meta-Service und hier erzeugen wir uns jetzt ein paar nette Spielereien. Und zwar als erstes, was wir brauchen, ist, wir müssen aus dem Angular Basic mit private-meta-doppelpunkt-meta unseren Meta-Service importieren. Das Ganze habe ich jetzt hier oben schon gemacht. Der kommt halt direkt aus Angular. Und jetzt können wir hier unten sagen, okay, wir wollen jetzt eine Funktion haben. Diese Funktion sollte uns später möglichst leicht machen, überall dieselben Basic-Metadaten zu importieren. In unserem Fall sage ich hier einfach, das nennen wir set basic-meta-text. diese funktion gibt uns zurück was heißt die gibt uns eigentlich nicht wirklich was zurück und was wir hier erwarten ist ein content objekt und dieses content objekt besteht aus der eine kann sich wahrscheinlich denken basic meta tags aus unserem interface objekt dass wir gerade definiert haben und hier drin können wir jetzt mit unserem service arbeiten und zwar sagen wir jetzt unterstrich meter punkt text und hier können wir jetzt sagen okay wir haben meter tag und haben jetzt hier unseren standard nämlich einfach name doppelpunkt titel komma und dann content und hier sagen wir content punkt titel und das ganze ist jetzt unser erstes metadaten tag das ganze kopieren wir uns jetzt natürlich einfach fünf mal und ich kopiere mal eben die sachen rüber was heißt wir haben hier natürlich einmal eine description beziehungsweise ich kopiere das mal komplett rüber sparen uns ein bisschen zeit und zwar haben wir einmal das ganze für titel für description für außer für keywords und ihr seht hier ich habe beispielsweise bei außer gesagt okay content außer wenn das existiert wenn autor vorhanden ist dann soll er den nutzen wenn das nicht der fall ist soll assist punkt außer nutzen das haben wir noch nicht das heißt wir legen uns hier oben eine neue variable an wenn wir public außer gleich und hier sagen wir max mustermann das ist unser basic autor wenn kein autor explizit gesetzt ist beispielsweise der unternehmensname oder irgendwas und das andere was wir hier haben ist keywords hier unten da sage ich okay wir haben hier unser keywords dass wir über unser content objekt bekommen sagen hier konnte konkret mit dieses basic keywords das haben wir noch nicht was heißt ihr habt ihr in den meisten fällen in eurem projekt wahrscheinlich so etwas wie ein unternehmensname den ihr vielleicht nicht jedes mal vergeben wollt muster unternehmensname so das ist jetzt unser basic keyword und das verbinden wir oder dieses array aus strings verbinden wir hier permanent mit unserem übergebenen content element und dann machen wir aus join daraus eine liste beziehungsweise verbinden jedes einzelne jeden einzelnen string aus dem array mit kommen so dass es später eine richtig schöne liste wird was heißt das ganze funktioniert wunderbar wenn wir das abspeichern haben wir hier unser meter service soweit fertig ich öffne jetzt einfach mal unsere app component ts und sage jetzt hier okay wir haben hier einen konstruktor der fehlt uns noch und in unserem konstruktor müssen wir jetzt natürlich unseren metadaten service importieren was heißt wir sagen hier public und dann sagen wir unter meter tags punkt und dann hier sagen wir meter service was heißt den wollen wir importieren und hier drin wollen wir jetzt meter service punkt und dann set basic meter und hier erwarten wir wie gesagt ein objekt dieses objekt besteht aus diversen elementen wir müssen jetzt unten noch etwas hinzufügen und zwar installiere ich mit npm faker save def was heißt das ist jetzt einfach nur für unser tutorial faker ist ein javascript framework was ist im prinzip ermöglicht schnell irgendwelche random daten zu generieren wie gesagt das ist jetzt nur für das tutorial das solltet ihr später nicht installieren ihr würdet jetzt beispielsweise hingehen und sagen okay ich mache jetzt eine datenbank abfrage beispielsweise öffentlich gerade blogbeitrag xy und da ist wahrscheinlich irgendwo ein key attribut drin woraus ihr dann eure metadaten setzt wir erzeugen jetzt in diesem tutorial das ganze einfach mit faker was heißt ich importiere hier oben jetzt alles import everything as faker vom fraker und kann jetzt hier ohne hingehen und sagen zum beispiel titel ist faker punkt lorem punkt word was heißt der sagt hier einfach als titel irgendeinem random word dann sagen wir einfach das datum von heute wir haben eine description was heißt ich sage faker punkt lorem punkt sentence dass wir hier einen satz zurückkriegen und keywords ist zum beispiel einfach faker punkt lorem punkt word faker punkt also einfach ganz viele wörter aneinandergereiht so dass wir hier ein array aus keywords bekommen übergeben das ganze an unsere funktion ihr seht hier ich habe kein auto vergeben was heißt unsere funktion wird gerade einfach unseren auto von hier oben setzen und das ganze speichern wir jetzt einfach mal ab und ich sage hier unten jetzt noch einmal npm run build server das ganze dauert jetzt kurz und ich spule wieder vor so das ganze wurde jetzt komplett gebaut das nächste was wir machen ist natürlich dasselbe wie vorher wir sagen wieder npm run serve ssr das ganze ist jetzt wieder einmal gefahren wenn wir jetzt hier aktualisieren sehen wir einmal nur noch test das heißt wir sehen nicht mehr die gesamte anwendung sondern wirklich nur noch test und wenn ich hier aktualisiere sehen wir jetzt hier oben einmal unseren titel zum beispiel hier maxim dann description ist irgendein random satz dann haben wir metadatenautor hier seht ihr schon max mustermann und hier unten haben wir unser keyword array wo auch am ende unser musterunternehmen drangehängt wird und jedes mal wenn ich jetzt 5 drücke seht ihr dass das aktualisiert wird das liegt einfach daran dass wir jedes mal wenn wir die seite neu aufrufen mit faker einfach ein neues set von metadaten generieren wie gesagt ihr würde das hier diese funktion aufrufen wenn ihr euren eure daten vom server kriegt oder die seite einmal ladet und nicht wie ich jetzt jedes mal das ist wirklich nur fürs tutorial und ihr seht hier das funktioniert wunderbar und wir haben jetzt unsere metadaten hinzugefügt und ihr könnt natürlich diesen metadaten service noch beliebig erweitern ich persönlich habe halt immer so ein basic metadaten objekt was wirklich einfach die standard sachen hinzufügt und dann im anschluss habe ich halt immer so etwas wie zum beispiel für twitter für facebook für verschiedene andere plattform dass einfach dieses content wenn ihr die seite teilt beispielsweise richtig gesetzt ist und ihr könnt das natürlich wie gesagt beliebig erweitern und jede art von metadaten hinzu hinzufügen und auch manipulieren was heißt neben diesem tag gibt es halt auch ganz viele verschiedene zum beispiel ad text was heißt sie können er hinzufügen ihr könnt aber auch sowas machen wie update tag oder auch sowas wie die sachen wieder rauslöschen und solche geschichten was heißt ihr seid dort relativ freigestellt und wir haben jetzt hier wie gesagt wunderbar alles hinzugefügt und haben hier als ein relativ vollwertigen metadaten service für unsere engl anwendung in einigen minuten gebaut so das war's wieder für diese woche welche das video gefallen hat hinterlasst einen daumen hoch ein kommentar unter dem video und sonst mehr in diesen stellen unterstützen wollt könnt ihr unten diesen channel einfach bezahlt abonnieren oder auf amazon oder einen der anderen affiliate links unten in der video beschreibung klicken und irgendetwas darüber kaufen grundsätzlich ja werden wir uns nächste woche wiedersehen bis dahin viel spaß und ہیں Vide Pentium 2 5 Untertitelung. BR 2018